Diese eine Sache hält dich davon ab, erfüllter zu leben. Und welche Sache das ist, das erfährst du jetzt im Video, also bleib dran. Aber zuerst ist es einmal wichtig zu erkennen, was ist überhaupt Erfüllung? Stell dir einmal vor, du stehst in der Früh auf, deine Gedanken sind bereits schon gefüllt, du fühlst dich gestresst, du gehst in dein Auto, du fährst los und du denkst schon über die Arbeit nach, du denkst über das Gestern nach und du merkst, es wird immer aufgewühlter und du wirst ausgelaugter. Dann kommst du in die Arbeit und dort sind schon die ersten Kunden und irgendwie hast du das Gefühl, die Kunden nerven dich. Und wenn du nach Hause kommst, bist du immer noch gestresst, weil du ja wieder an die Arbeit denkst, weil du einfach viele Dinge nicht erledigen konntest. Und dann gehst du gestresst und ausgelaugt schlafen. Kennst du solche Situationen? Das ist übrigens keine Erfüllung. Aber erfüllt wäre es, wenn du in der Früh aufstehst, schon irrsinnig schöne Gedanken hast, angenehme Gedanken. Wenn du dich freust, in die Arbeit zu fahren, wenn du gerne in das Auto einsteigst und dir schon sagst, ich freue mich in die Arbeit zu fahren oder die Arbeit des Tages zu machen. Und dann triffst du auf die Kunden und du freust dich, dass du mit den Kunden gute Gespräche führen kannst oder mit deinem Chef gute Gespräche führen kannst. Und dann kommst du nach Hause und du bist einfach entspannt, obwohl du viel zu tun gehabt hast. Also obwohl der Tag schon sehr gefüllt war, atmest du durch und hast einfach angenehme Gedanken. Du bist dankbar, du bist gelassen, du bist erfüllt. Wäre das was für dich? Ist es das, wo du sagst, ja, das wäre es. Und sorry, wenn ich das jetzt sage, aber die einzige Sache, die dich jetzt davon abhält, bist du selbst. Denn du trägst den Schlüssel in dir. In dir. Du hast die Antworten in dir. Es geht nur darum, dass du mal hinschaust. Und das ist ganz wichtig, weil erst wenn du hinschaust, deine Antworten findest. Wenn du hinschaust und deine Transformation durchgehst, also einfach einmal diesen Prozess machst, dass du erkennst, wer du wirklich bist. Dann wirst du in diese Erfüllung kommen und du wirst in diese Zufriedenheit kommen. Und warum kann ich das sagen? Weil ich es auch erlebt habe. Weil ich durch meine ganzen Erfahrungen in der Kindheit und in der Schule, die ich gemacht habe, die absolut nicht schön waren, es geschafft habe, jetzt in meiner Zufriedenheit zu sein. Und zwar in Frieden mit dem, was passiert. Egal, was passiert. Und das ist der Schlüssel. Und um in diesen Frieden zu kommen, ist es wichtig, einmal zu verstehen, wie du als Mensch tickst. Und genau dafür gibt es den Online-Kurs Bewusst-Selbst-Sein. Und dieser Online-Kurs ist ein Geschenk an dich. Das ist wirklich ein Geschenk, denn viele Teile davon sind aus der Ausbildung, aus der großen Ausbildung Mental- und Achtsamkeitstrainer und Trainerin. Und so konzipiert, dass du einfach Schritt für Schritt die ganzen Videos und Übungen und Reflexionen durchgehen kannst, im Alltag einsetzen kannst und einfach so in deinen Frieden kommst. Und deine Transformation, die gebe ich dir echt um den günstigsten Preis. Warum mache ich das? Weil ich möchte, dass wirklich jeder die Chance hat, an sich zu arbeiten. Dass wirklich jeder die Chance hat, einmal wirklich in dieses geniale Gefühl des Friedens zu kommen. Und herauszufinden, wie man eben als Mensch tickt. Und du bekommst Schritt für Schritt wirklich die Anleitungen, wie du es zu dir selbst findest. Und du kannst diesen Online-Kurs als Selbstlern-Variante machen oder eben auch mit Gesprächen mit mir. Das kannst du dir selbst auswählen. Und wenn du diese Investition für dich auch nutzen möchtest, dann klicke gerne auf meinen Link in der Bio oder schreib einen Kommentar mit Lebenstraining und nutze diese Chance gerade jetzt, wo noch der Aktionspreis da ist. Es ist ein lebenslanger Zugang, du kannst immer wieder auf die Videos zugreifen und du wirst sehen, es macht einen wahnsinnigen Unterschied für dich.